Jo moin und Leute herzlich willkommen zu diesem neuen Video zu den Predictions der Nesca Xfinity Series 2020 Free aus Laudon mit dem Elpeta Health 200 Rennen. Let's go! Heute um ein Spannzeuger. Live in der Motorvision TV App auf Deutsch und im Nesca Track Pass Original Kommentar. Los geht's! Das Rennen gewinnt Osten Dillen. Herzlichen Glückwunsch! Dahinter auf 2 kommt ins Ziel Stefan Parsons vor Jonathan Nimiček und 4. und 5. wird Sammy Smith und Kyle Sieg. So, das war's mit dem Rennen der Nesca Xfinity Series mit dem Elpeta Health 200 aus Laudon. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Dornchen nach oben da. Vergiss kein Abo, dann nimmst das Glöckchen, das nicht vergessen sollte werden. Dann verpasst ihr gar keine Benachrichtigungen auf diesem Channel. Bis dann. Vorsicht. Ciao! Diener hier. Ja, gut. Und bei euch das Video beim Rennen. Tschüss. Tschüss. Bu. V.